Wie konnte Severus Snape Lord Voldemort so lange Zeit täuschen? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über Severus Snape Lord Voldemort und darüber sprechen, wie Severus Snape es so lange geschafft hat, Voldemort als Doppelagent zu täuschen. Snape ist einer der komplexesten und umstrittensten Figuren in der Harry Potter Reihe. Anfangs als Bösewicht dargestellt, entpuppte sich Snape schließlich als eine heldenhafte Figur, die im Hintergrund arbeitete, um Voldemort zu besiegen und Harry Potter zu schützen. Eine der beeindruckendsten Heldentaten von Snape war seine Fähigkeit, Lord Voldemort und die Todesser so lange zu täuschen. Im heutigen Video werden wir erkunden, wie es Snape gelungen ist, den dunklen Lord und seine Anhänger zu täuschen, sowie auch die Auswirkungen seiner Handlungen besprechen. Also zunächst einmal, Snapes Fähigkeit, Voldemort und die Todesser zu täuschen, kann auf seine Rolle als Doppelagent zurückgeführt werden. Nach Voldemorts Rückkehr wurde Snape mit einer schwierigen Aufgabe betraut, nämlich die Todesser zu infiltrieren und ihr Vertrauen zu gewinnen. Dies gelang ihm aufgrund seiner langen Vorgeschichte mit den Todessern, da er selbst ein ehemaliges Mitglied war. Diese Vergangenheit verschaffte ihm wertvolle Einblicke in ihre Überzeugungen, Motivationen und Methoden, was es ihm ermöglichte, sich nahtlos einzufügen und das Vertrauen einiger von ihnen zu gewinnen, wenn auch nicht aller. Snapes Fähigkeit, sich unter die Todesser zu mischen, wurde nicht nur durch sein Erscheinungsbild und sein Auftreten charakterisiert, sondern auch durch seine schauspielerischen Fähigkeiten. Er war ein herausragender Darsteller, der die Aura von Kälte und Abgeklärtheit ausstrahlte. Diese Fähigkeiten und Eigenschaften machten ihn zu einer natürlichen Besetzung für die Todesser. Sein fettiges Haar und die stechenden schwarzen Augen verstärkten seine einschüchternde Präsenz und prädestinierten ihn für die Rolle des Gefolgsmannes von Voldemort. Jedoch ging Snapes Fähigkeit, Voldemort über die Todesser zu täuschen, über sein äußeres Erscheinungsbild hinaus. Er konnte deren Vertrauen gewinnen, indem er ihnen wertvolle Informationen über den Orden des Phönix und Harry Potter lieferte. Obwohl dies seine Position als Doppelagent untermauerte, ermöglichte es ihm gleichzeitig, Voldemort genaue Informationen über die Pläne und Bewegungen des Ordens zu übermitteln. Dadurch konnte der dunkle Herrscher seinen Feinden stets ein Schritt voraus sein. Genauso ging das Ganze aber auch andersrum. Diese waren für den Orden eine wertvolle Quelle von Informationen über die Pläne und Bewegungen der Todesser. Diese Informationen ermöglichten es dem Orden, gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um die Pläne der Todesser zu durchkreuzen. Snapes Position als Doppelagent erlaubte ihm einen Drahtseilakt zwischen den beiden Seiten, indem er beiden genügend Informationen lieferte, um Vertrauen zu gewinnen, jedoch nicht genug, um seine wahre Zugehörigkeit zu verraten. Ein weiterer entscheidender Faktor für Snapes Fähigkeit, Voldemort zu täuschen, war seine Fähigkeit der Oklomentik, der Kunst, den eigenen Geist vor Eindringlingen abzuschirmen. Snape beherrschte diese Kunst meisterhaft, was entscheidend dafür war, seine Gedanken und Gefühle vor Lord Voldemort zu verbergen und somit seine Tarnung als Doppelagent aufrecht zu erhalten. Die Aufrechterhaltung seiner Rolle als Doppelagent ermöglichte es Snape nicht nur, wertvolle Einblicke in Voldemorts Pläne und Motivationen zu gewinnen, sondern erlaubte ihm auch die Infiltration von Voldemorts Lager, wo er das Vertrauen der Todesser gewann. Dadurch konnte Snape Voldemort aus der Nähe beobachten und ein besseres Verständnis für dessen Methoden und Innovationen entwickeln. Diese Nähe erlaubte es ihm, dem Orden genaue Informationen zu liefern und bessere Entscheidungen darüber zu treffen, wie Voldemorts Pläne zu durchkreuzen sind. Snapes Fähigkeit, Voldemort zu täuschen, variierte in Abhängigkeit von seiner Bereitschaft, schwierige und oft moralische herausfordernde Entscheidungen zu treffen. Als Doppelagent sah sich Snape gezwungen, Handlungen auszuführen, die im Widerspruch zu seinem Gewissen und seiner Loyalität zu Dumbledore und dem Orden des Phönix standen. Ein Beispiel hierfür war die gezwungene Tötung von Albus Dumbledore, die bei vielen Zweifel an seiner Loyalität aufkommen ließ und zu erheblicher Kritik seitens Harry Potter und anderen Mitgliedern des Ordens führte. Dennoch war dies alles Teil des Plans, den Snape bereitwillig auf sich nahm. Seine Bereitschaft, schwierige Entscheidungen zu treffen, half letztendlich dabei, seine Tarnung aufrecht zu erhalten und das Vertrauen des Dunklen Lords zu gewinnen. Snapes Fähigkeit, den Dunklen Lord zu täuschen, hing von seinen persönlichen Beweggründen ab. Während er anfangs vom Wunsch nach Rache an Voldemort für seine Rolle beim Tod von Lily Potter angetrieben wurde, entwickelte sich seine Perspektive schließlich dahingehend, dass er sich selbst als Beschützer von Harry Potter und der gesamten Zaubererwelt sah. Lily war nicht mehr sein alleiniges Hauptziel. Er erkannte, dass seine Handlungen im Kampf gegen Voldemort von entscheidender Bedeutung waren und er war bereit, alles zu tun, um den Sieg zu erringen. Die persönlichen Beweggründe Snapes halfen ihm jedoch dabei, seine Tarnung aufrecht zu erhalten. Sein Hass auf Voldemort und seinen Wunsch, Harry zu schützen, ermöglichten es ihm, die notwendige emotionale Distanz zu wahren und Verdacht bei den Todessern zu vermeiden. Diese emotionale Distanz erlaubte ihm, seine Beherrschung der Oklomantik aufrecht zu erhalten, indem er seinen Geist vor Eindringlingen abschirmte und seine wahren Beweggründe verbarg. Aber Snapes Fähigkeit, Voldemort zu täuschen, basierte nicht nur auf seinem tiefen Wissen über die Zaubererwelt und ihre Geschichte als ehemaliges Mitglied der Todesser, sondern auch auf seiner Geschicklichkeit in Zauberkünsten. Als erfahrener Zaubertrankbrauer hatte Snape ein umfassendes Verständnis für die dunklen Künste und die Schattenseiten der Zaubererwelt. Dieses Wissen ermöglichte es ihm, sich geschickt unter die Todesser zu mischen und gleichzeitig ihr Vertrauen zu gewinnen. Er konnte Pläne und Bewegungen der Todesser vorhersehen, was dem Orden ermöglichte, rechtzeitige Maßnahmen zu ergreifen. So war Snape Voldemort stets einen Schritt voraus, während er geschickt den Eindruck erweckte, dass der dunkle Lord allen anderen überlegen sei. Snapes Fähigkeit, Voldemort und die Todesser über einen langen Zeitraum zu täuschen, hatte letztendlich einen erheblichen Einfluss auf den Verlauf der Harry-Potter-Reihe und das Schicksal der Zaubererwelt. Das alles hatte natürlich auch einen tiefgreifenden Einfluss auf seinen eigenen Charakterbogen. Ursprünglich als Bösewicht dargestellt, entpuppte sich Snape schließlich als eine komplexe und tragische Figur, die im Verborgenen arbeitete, um Harry und die gesamte Zaubererwelt zu schützen. Sein Opfer und seine Hingabe, Voldemort zu besiegen, brachten ihm die Bewunderung und den Respekt vieler Fans der Saga ein und letztendlich führte seine Fähigkeit, Voldemort und die Todesser so lange zu täuschen, zu einem bedeutenden Wendepunkt in der Handlung und auch in seiner eigenen Charakteranwicklung. Lasst uns das alles also noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Die Fähigkeit von Snape, die Todesser so lange zu täuschen, lässt sich auf seine Geschicklichkeit als Doppelagent, seine Meisterschaft in der Oklomantik, seine Bereitschaft, schwierige Entscheidungen zu treffen, seine persönlichen Beweggründe und sein tiefes Wissen über die Zaubererwelt zurückführen. Er opferte sein Leben in der Hoffnung, dass Voldemort weiterhin glauben würde, er sei der wahre Meister des Elderstabs. Als er sich bereit erklärte, den Sündenbock für Dumbledores Ermordung zu spielen, war ihm bewusst, dass dies langfristig von Vorteil sein würde, obwohl sein Ruf größtenteils ruiniert war. Snape täuschte Voldemort, indem er die Fähigkeit bewies, seine Emotionen zu kontrollieren und seinen Verstand vor Eindringlingen abzuschirmen. Jede einzelne Sekunde, Minute und auch Stunde, die er in der Nähe von Voldemort verbrachte, erforderte eine konstante Wachsamkeit. Selbst wenn er wusste, dass Voldemort sich in einem anderen Raum aufhielt, konnte der Dunkle Lord versuchen, in seinen Geist einzudringen. Aber Snape regt sich nicht und behielt immer die Kontrolle. Und das war's wieder mit diesem Video. Wenn ich etwas vergessen haben sollte oder ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, den ich nicht erwähnt habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen. Bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.